Von Pyro Art die Knall Nachos, eine gesamte NEM pro Stück von 1,5 Gramm, 20 Stück sind in diesem kleinen Päckchen drin, in dem Tütchen, ich habe gehört, Knall soll nicht so gerade überragend sein, aber ich werde sie trotzdem mal zünden. Viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal.